Hallo Leute! Und zwar hattet ihr ja gewusst, also ihr wusstet ja, dass ich heute Samstag und dass ich heute meine Prüfung habe. Und ja, ich wollte euch einfach mal ein paar Bilder zeigen, wie das so war und halt auch, was wir so gemacht haben. Und zwar war das einmal, war das die Bodenarbeit. Die zeige ich gleich aber auch. Dann war das einmal Springen und einmal Dressur. So, da bin ich gerade mit meinem Pony Kitty, also meinem Lieblingspony. So, dann muss ich jetzt beim nächsten Bild mal kurz gucken. Dann haben wir hier noch ein Bild, wo ich gerade Kitty abbreite. So, dann haben wir hier noch ein Bild, wo ich gerade mit Kitty reite, dass ihr die Leute nicht seht. So, ja, genau. So, dann sieht man das Springen. Ich muss leider stoppen, wenn man... Da reite ich Cabriela. Springen. Genau. So. Genau. Da traf ich dann durch die Hütchen. Ja, da reiten wir dann den Zirkel. Und dann den Sprung da vorne. Genau. So, und das war die Springprüfung. So, dann haben wir hier noch ein Bild. Dann sieht man hier die Bodenarbeit. Genau. Da musste ich was über sie erzählen. Und zwar kann ich euch das jetzt sagen. Und zwar habe ich gesagt... Ähm, da sollte ich sie noch gerade stellen. Hat aber nicht so geklappt. Also offen hinstellen. Hat aber nicht so geklappt. Ähm... Ja, also... Sekunde, wenn ich das sage. Ja, also ich habe gesagt, das ist Kitty. Sie ist eine... Eine holländische Reitponystute und ist fünf Jahre alt. Und ich bin hinne, hinne, hinne. Ja, genau. Das sage ich da gerade. So, genau. Und da sind wir dann die Prüfung gelaufen. So, genau. Da sollten wir antreiben. Da ist sie aber nicht so viel angetragen. Ja, also... Naja, egal. Genau. Und dann steht die Prüfung vorne vor. Danke vor. Und dann... Das war... Bodenarbeitprüfung. So, genau. Und das war es dann auch. Und dann würde ich sagen... Es kommt gleich noch ein Video. Ihr könnt euch vielleicht denken, was... Aber... Überraschung. Ach so, stopp. Stopp, stopp, stopp. Ich habe noch eine Urkunde erwartet. Und zwar sieht die so aus. Und... Ja, da steht das geschrieben. Deswegen habe ich das... Weggedeckt. Und... Ja. Und dann haben wir noch... Ein kleines Teil. Das kann ich euch auch noch zeigen. Hier, das habe ich noch gar nicht ausgepackt. Ach kommt, ich packe das jetzt mal aus. Ja, so sieht das aus. Kann man jetzt auch nicht so gut erkennen. Wups. Äh. Genau, das kann man sich dann auf den Punkt stecken. Ja, genau. Da steht... Reiterbezeichen 6 drauf. Also da... Das kleine grüne Kästchen. Das obere grüne Kästchen. Das... Da steht 6 drauf. Und da unten steht Fn drauf. Ja, genau. Kann man jetzt nicht genau sehen. Genau. Und dann würde ich sagen... Bis gleich.